herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und willkommen bei reddog gamble ich spiele heute großkopf und wenn was sich richtig eingestellt ist sorry ich muss wieder alles neu konfigurieren und schauen wie es eingestellt war oder ist oder werden soll also viel spaß ok dann will ich mal sagen es geht los mit großkopf schaue ob ich meine fünf gelben striche und im vollkriege erst mal wieder eine rüstung was die bräuchte gut 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 Ah, ich will mir die mp3 äh mp4 m4 wie ist es mp1 genau mp4 a1 habe ich den eine mp4 a1 genau die hier die wechsel ich mal oh wir sind nicht erster davon schon gekillt der eine ist verletzt warum ist er verletzt was hat der gemacht klar so so die feinde von hummel sind das bots sind doch keine spieler dahinten team kümmerat wird beschossen oh munition Von wo wurde ich beschossen? Lauf! Also, es scheint so, dass das hier Bots sind und keine Spieler, habe ich zumindest das Gefühl. Okay, da war ein Spieler. Eieieiei, da war ein Spieler, jawohl, also es sind doch Spieler da. Okay. 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 DJ St praised greatly, Wir sind schon wieder Zweiter, noch. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, ich habe es leider nur einen Strich. Ist der Meister von richtigem Spieler? Okay. 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 Das ist auch ein Spieler. Ach komm schon. Okay. 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 Mir fehlt noch ein grüner Balken, äh, grüner, ein orangener Balken. Ich verstecke mich. Ich habe keine Lust zum Sterben. I want it. Ich bin gestorben. Okay. Hallo? Da oben. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht! War auf den falschen Knopf. Ach. W Вам, ja, auf das sonnendest. Es runter der 7 Shield wait. fuck it. It's funny. wenn eine 5-orangenen Balken voll so, dann haben wir den und den ah ok haben wir den auch erledigt den auch den auch den auch oh ich muss weiter meine Munition Balea komm ich darf hier nicht kill oh oi shh 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 ach ne schon wieder verloren aber er freut sich also weil prototypes trotzdem verloren zweimal verloren heute das kann doch nicht wahr okay ok gut wer war besser als ich keiner wir haben nicht gewonnen also kriegt keiner ein like dann war es das für heute ich sage dankeschön für zuschauer ich würde mich freuen wenn ihr dabei nicht so wieder seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen und